Ich habe im Jahr 2014 was gewagt, was ich bisher nicht zu wagen wagte. Das ist eine CD mit ganz ruhigen Stücken aufzunehmen und zu veröffentlichen. Ich dachte erst, Mensch, ja, wenn du so ruhige Sachen spielst und einfach mal die Töne klingen lässt, dann schlafen dir die Leute ein, aber irgendwie kommt die CD doch sehr gut an und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Von diesem Album möchte ich euch jetzt den ersten Song spielen. Das Stück heißt Your Eyes. Musik 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 ak